Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Elite 4. Die nächste Mission ist Todessturm 2, die Unterwanderung. Das abgefangene Paket trug die Aufschrift Todessturm und enthielt Plutoniumpartikel. Die Ausausmission weiß, dass das Paket an Dr. Antonio Gavani geschickt wurde, einem italienischen Antombissenschaftler, der gezwungen war für die Nazis zu arbeiten. Um den Plan der Nazis aufzudecken, musst du für Alsos die Universität von Niroli infiltrieren. Gavans Forschung an dich nehmen und seinen Codeschlüssel finden, so wie seine Frau Verena eine Informantin der Alliierten. Okay. Alter, ich hab das immer noch nicht geschafft, Mann. Aber das Jahr. Herzfrequenz erhöht sich langsam, holt sich schneller. Denn das Jahr schon, Herzfrequenz erhöht sich ein wenig schneller. Guck mal, maximal Herzfrequenz erhöhen und geht schneller. Das machen wir diesmal so. Wir starten. Auf geht's. Ihr lest wieder unten selber mit, ne? Es gibt es einen Teil des Plutoniumpartikel, jeden Fall mit einer Art. Todessturm. Die Todessturm. Wir wissen, dass die Paket war auf den Reise zu der Rennung des Physiker, Dr. Antonello Gavani. Gavani ist erfolgt zu arbeiten für die Nazis. Er ist in der Universität von Neroli, in der Norden des Land. Die Kirche ist in der Kirche des Faschismus. Ihre Frau, Verriana, ist eine Schlüssel informant. Es war sie, die uns über das Paket hat. Die Nazis mussten sich selbstverständlich sein. Sie haben sie in ihrer Hausarrest gelegt. Sie hat uns gesagt, dass ihr Mann seine Forschungsforschriften in einer Musikbox gelegt hat. Er hat auch sichergestellt, dass sie sie nur beendet werden können, mit einem Cipher. Die Nazis noch nicht wissen, aber es ist nur ein Zeitpunkt. Wenn wir lernen, was Deathstorm ist, muss ich die Cipher von Dr. Galvani herausfinden. Er hat seine Forschung und verspringen, Verriana. Verriana befreien Truppen rufen. Aber man töte einen Galvani für den Spülhof hin. Gelschus von Dr. Galvani Shit. Oh! Das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. 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 Mist. Das war's für heute. Das war's für heute. I can't find anything else. Das war's für heute. 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 Oh, du hättest nicht gucken dürfen. Das war's für heute. 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 Was, von wo? Ja, durch diese Mini-Schlitz, ey. Oh! Alter, Alter! Ja, schau, wie ist diese Panzerentwicklung mal zu besiegen, diese Typen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 1. Nummer 2. Hä? Jetzt weiß ich wie ich die Panzer noch besser anlegen kann. Ich weiß nicht, dass ich die Panzer noch nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Es war schon ein Kampf überhaupt in Richtung Stadt hier zu kommen. Ich kriege die Wärmung nicht so, wenn ich erst mal wieder gebrauche, halt. Aber warum habe ich die Munizien nicht verwendet, ey, ich Idiot? Galvanis Residenz ist in dieser Karte der Stadt. Sie sollten dort sein, wo sie Verriana halten. Heuern wir noch die Kids durch Gegenstände. Am Ende ist der Schade. Am Ende steht der Karte im Bund. Am Ende steht der Karte des Karte. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Oh, okay. No more to find here. Oh, okay. 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 Okay, wo ist sie jetzt? Das ist eine gute Frage, in welchen Apartment wir sie finden. Oh, okay. 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 Wir sind eine Folge rum. Wir haben nämlich mal ein Ziel erreicht. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Den Scharfschützer. Der Freie Verena gewarnt. Du bist hier und wo ist sie hier man ich habe da schon alles abgesucht so gut wie das war folge 1 von der und vom unterwandern ich werde das einfach so ein paar 123 machen wahrscheinlich wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like da kommentiert was ich verbessern kann abonniert mich damit ihr von der stadt bleibt bis dann rein